Lernen mit dem Schulbuch war gestern. Heute heißt es Run an die Tablets. Zumindest für die Schüler der Klasse 7D am Werner-Heisenberg-Gymnasium in Göppingen. Denn die Schule ist eine von vier in Baden-Württemberg, die erstmals im Unterricht modernste Technik einsetzt. Im Auftrag des Kultusministeriums testen Lehrer und Schüler zweieinhalb Jahre lang das Lernen mit dem Tablet. Und das sogar in Mathematik. Geometrie bietet sich hier scheinbar sichtlich an. Doch macht eine so coole Ausstattung das Leben als Schüler auch leichter? Made macht dadurch schon mehr Spaß, weil man einfach mehr Möglichkeiten hat beim Tablet. Wenn man da einfach relativ leicht irgendwas zeichnen kann oder konstruieren. Man hat einfach viel mehr Informationen und vor allem aktuelle Informationen, die man dann auch schnell eben suchen kann. Das finde ich praktischer. Eher unpraktisch ist vor allem der technische Aufwand. Vor jedem Unterricht muss Lehrerin Anja Säsle den WLAN-Router einstecken. Bis dann alles steht und überhaupt erst funktioniert, können ihrer Aussage nach schon mal mehr als 10 Minuten Unterricht flöten gehen. Während in Mathe das Tablet nur zu 20 Prozent eingesetzt wird, sind es in Geschichte ganze 100. Hier ersetzt das Gerät sogar das Schulbuch. Geschichtslehrer Christoph Geist ist von der neuen Arbeitsweise begeistert. Der große Vorteil ist, so eine Stunde wie hier jetzt tatsächlich die Schüler frei arbeiten zu lassen, sozusagen recherchiert, bereitet was vor und wir gucken uns das alle gemeinsam an. Das ist natürlich perfekt. Das heißt, die Selbstständigkeit der Schüler wird dadurch wirklich gefördert. Der große Nachteil ist nach wie vor natürlich die technische Seite, dass oft irgendwelche Dinge nicht funktionieren. Wenn dann doch mal das Internet funktioniert, wird bestimmt auch gern heimlich gesurft, oder? Ja, das machen aber nicht unbedingt alle. Ich nur manchmal. Hoffentlich hat Rebekkas Lehrer das jetzt nicht gehört. Aber natürlich hat Christoph Geist immer alles im Blick. Mit einem Mausklick kann auf die Bildschirme der Schüler zugegriffen werden. Lehrer Heiko Huttenlocher betreut das Pilotprojekt hier am Gymnasium. Nach den ersten vier Monaten steht für ihn fest, dass auf lange Sicht noch viele Grundlagen in der Infrastruktur geschaffen werden müssen. Und auch bei den Schülern und Kollegen Erfahrungen, die sie da damit machen müssen, dass es wirklich dann auch den Mehrwert auch bringt. Dann denke ich, dass es mehr kommen wird. Aber ob es jetzt wirklich einen reinen Tablet-Unterricht gibt, das möchte ich bezweifeln. Generell sind sich die Lehrer und auch die Schüler am Werner-Heisenberg-Gymnasium einig. Die Kombi aus Oldschool und Moderne macht's.